Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist ja gefangen Das ist, hättest du dich verliegen? Nee, keine Pange, das kann ich nicht Was würden Sie sagen, wenn ich Sie frage, ob Sie mir in ein nahgelegenes Hotel folgen? Nicht zu schwer? Ja Grüß Sie Hallo Habt ihr Vater und Kind gespielt? Wir haben... Wir haben auch nicht gemacht Was sind alliierte Sicherheitsdienste? Bei euch sind das die Russen und hier die Armys, Franzosen und Engländer Und weil die sich nicht vertrauen, hat jeder seine Spion nicht Die Sicherheitsdienste Was machen die sicher? Wem soll ich vertrauen? Warum bist du eigentlich immer da? Soll ich mich von euch fernhalten? Vielleicht Sie haben die DDR verlassen Warum? Ich sage Ihnen, warum ich aus der DDR weg wollte Wegen solcher Fragen Wo das war von euch ist? Herr war immer da. Ich sage Ihnen, warum es nur so sehr war ist